Hi! Muki wird das schnell zu viel, das Streicheln. Prada nicht. Prada will streicheln, Muki nicht. Prada ist immer ganz geduldig. Eine Lady, eine echte Lady. Und deine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt. Sie will spielen. Prada jagt sie weg, weil es gibt jetzt Essen. Oder nein? Muki beißt. Ja, du kriegst jetzt was. Ich weiß, ich weiß. Es dauert zu lange.